Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid zu Teil 38 und wie ich es vermutet habe, so geht es wirklich weiter. Ich habe mal geschaut und zwar stricken wir uns jetzt immer schön abwechselnd mit unseren Farben. Das heißt, die Zehner haben jetzt bitte nochmal die Farbe gewechselt. So lange voran, bis wir nur noch drei Maschen haben. Aber das ist nicht dramatisch. Wir machen das nämlich jetzt gleich schön gemütlich ein paar Runden. Dann machen wir das alleine fertig. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder zum Fädenvernähen. Weil, da hat sie nämlich auch ein ganzes Kapitel drin über das Thema Fädenvernähen. Und um dieses Thema kümmern wir uns dann gleich gemeinsam. So, die Zehner haben hoffentlich ihre Farbe gewechselt. Wie ihr seht, ich mache schon die Hinreihe auf bunt. Das war die erste rechts, dann die zweite und dritte rechts zusammen. Dann jede Masche rechts bis auf die letzte. Die wird einfach abgehoben. Also so wie wir das die ganze Zeit gemacht haben. So, da ist die Hinreihe schon fertig. Und jetzt auf bunt die schwarze Masche. Einmal rechts, der Rest in links. Und die letzte abgehoben. Dann wird auf schwarz gewechselt. Da gibt es wieder die Hinreihe. Und bei schwarz gibt es aber dann jede Masche rechts auf die zweite Hand. Und so stricken wir uns jetzt hier mal schnell durch, bis wir nur noch drei Maschen haben. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das heißt, wir stricken heute mal nicht den gesamten Abend zusammen, weil sonst würde es echt so lange dauern. Wir haben nämlich jetzt noch 40 Maschen auf der Nadel. Jetzt gerade, im Moment habe ich 40 Maschen. Und wir müssen auf drei Maschen runter. So, jetzt habe ich entweder die Wahl. Wir machen jetzt das getrennt voneinander. Oder wir stricken jetzt zwei Stunden schweigend voneinander her, wo wir alle zwei Reihen mal eine Masche abnehmen. Oder aber ich mache zwei Teile draus. Erzähle euch in der Zeit vor meinem Tag. Und wir machen dann im dritten Teil das Vernähen. Das denke ich mir ist aber dann erstens zu langweilig für euch. Und zweitens zu sehr in die Länge gezogen. Wir wollen ja auch unser Tuch irgendwann mal tragen. Deswegen, wir machen das jetzt so wie gehabt. Bunt wird links auf die zweite Hand. Hinreihen werden ja immer gleich gemacht. Die erste, rechts, dann zweite und dritte zusammen. So, die letzte wird abgehoben. Und bei den schwarzen Reihen werden halt alle rechts gestrickt. Bis auf die letzte. Die wird halt auch wieder abgehoben auf der zweiten Hand. Und das machen wir halt jetzt so lange, bis wir nur noch drei Maschen haben. Moment. Eins, zwei, drei. So. Und wenn wir dann nur noch drei Maschen auf der Nadel haben, sehen wir uns gleich zum Abketten wieder. Und dann vernähen wir auch gleich. Dann machen wir nämlich aus drei Teilen ein. Und wir kommen auch schneller zu unserem wunderbaren Tuch. Erstens, so ist es für euch nicht so langweilig. Und zweitens muss ich mir jetzt nicht zwei Teile lang überlegen, was ich euch alles erzähle. Weil das mache ich dann lieber mal in einem schönen Quatsch-Video. So, meine Süßen. Ich stricke mich mal hier schnell durch, bis ich nur noch drei Maschen habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben. Ich bin jetzt auf der Seite, wo wir unsere drei Maschen das allererste Mal haben. Sprich, auf der letzten Hinreihe für schwarz. Wir hatten ja gesagt, wir treffen uns wieder, wenn es nur noch drei Maschen sind. Wie ihr seht, ich habe die letzte Hinreihe vollendet. So, wir stricken jetzt hier die eine Bunde nochmal rechts. Das war die Reihe, machen wir auch nochmal komplett fertig. Das heißt, rechts, rechts abheben. Und jetzt müssen wir abketteln. Also, wir stricken die erste rechts, dann die anderen beiden rechts zusammen. Jetzt haben wir aus drei Maschen zwei gemacht. Und jetzt heben wir die hintere über die vordere drüber. Hier, wir haben jetzt zwei. Jetzt heben wir die hintere einfach über die vordere Masche drüber. Und haben aus der Masche noch eine gemacht. So, was machen wir jetzt zuerst? Wollen wir jetzt erstmal nähen? Oder erst den Rand? Aber ich würde sagen, also in der Anleitung kommt jetzt als erstes das Nähen. Gut, dann machen wir das. Das heißt, ich ziehe jetzt die Masche lang, setze mir jetzt hier in diese Schlaufe einen Maschenmarkierer, den man schließen kann, und schließe den. Dann ist die Schlaufe nämlich für den Rand schon mal da. Hier ist er. Moment, ich mache mal hier das ganze Tuch weg, dann sieht das besser. So, hier ist die Schlaufe für den Rand, da war meine Nadel gerade drin. Aber die ist jetzt mit einem Maschenmarkierer gesichert, sprich sie kann nicht abhauen. So, ich mache den Rand dann mit schwarz. Das heißt, ich schneide mir das Bund jetzt großzügig ab. Und das geht in mein Restekörbchen. So, das ist jetzt also ungefähr, das ist jetzt noch übrig von meinen zwei Knäuel. Ich würde sagen, nicht mal mehr die Hälfte, ist das vielleicht noch ein Viertel. Also, die Wolle hat sie da schon mal gut berechnet. Das geht jetzt ins Restekörbchen. Nadel geschnappt. Suchen wir uns den Faden. Na, die am Rand, die Fäden sind jetzt nicht so interessant. Ich suche jetzt mal einen Faden für euch, der in der Mitte ist. Weil ich glaube, der ist am interessantesten. Na, nehm ich mal gleich den. Moment, hier muss ich mal rumschmeißen. So. Und da haben wir ein Fädchen, was in der Mitte ist. Und natürlich vernähen wir dann erstmal alle Fädchen, bevor wir mit dem Rand anfangen. So, Faden auf die Nadel genommen. Und jetzt gehen wir im Webverfahren hier durch. Das heißt, wir passen jetzt auf, dass wir nicht auf die Innenseite durchstechen, also auf die schöne Seite durchstechen. Sondern, dass wir schön hier auf unserer Seite bleiben. Und wir weben uns jetzt hier so ein bisschen hin und her. Einmal von oben, einmal von unten. Wie ihr seht, ich gehe da durch jede Masche durch. So, und wieder zurück. Solltet ihr das jetzt gerade gehört haben, das war mein, darf mein geistesgestörter Nachbar sagen? Oder sagt man dann lieber, ich lade ihn gleich zum Kaffee ein? Ihr wisst ja, was ich damit meine. So. Das war jetzt einmal verwoben. Jetzt nehmen wir uns das andere. Und gehen da auch schön hin und her. Und runter. Und hoch. Und runter. Und wieder zurück. Und runter. Und runter. Ich glaube, ich habe es nicht zu weit gedreht gehabt, habe es nicht richtig gesehen können. Machen wir es jetzt einfach so nochmal, da könnt ihr besser gucken. Schön aufpassen, dass man nicht durchsticht. Und dann sich hier wunderbar lang weben. Das ist zwar jetzt eine kleine Geduldsaufgabe. Aber ganz ehrlich, es gibt dramatischeres. So, und wenn wir das dann gemacht haben. Schnipp. Und schnapp. Und ab. Da. Und man sieht fast nichts. Und auf der Seite sieht man gar nichts. Und genau so soll das sein. So, ich suche mir mal den nächsten Faden. Hier haben wir das Anfangsfädchen. Wir haben zwar heute nicht viel Zeit miteinander verbracht. Aber wir haben sehr viel Zeit in unser Tuch investiert. Alleine bis wir das hier alles so abgenommen hatten, da sind jetzt viele Stunden draufgegangen. Ich hoffe, ihr habt das auch alle geschafft. Wenn nicht, wir fangen ja erst in zwei Tagen mit dem Rand an. Das heißt, ein bisschen Luft habt ihr da noch. So, das Fädchen ist auch weg. Wenn ihr noch ein Fädchen seht, dann schreibt bitte. Hier ist noch eins. Ah, die am Rand. So, ich musste jetzt mal die Stiftebox weg tun. Die hat jetzt echt ein bisschen genervt. So, hier setzen wir uns erst mal zwei Knötchen. Oder auch drei. Und jetzt, damit man das alles nicht so sieht, weben wir uns hier wieder wunderbar entlang. Aber schön aufpassen, dass er nicht durchstecht und auch nicht zu viel Zug auf die Faden legt. schon geht's, bitte. So, ich esse gute remote. So, ich mache das nicht. So, ich mache dann noch alles so령. so ich würde sagen damit das jetzt für euch hier auch nicht so langweilig ist machen wir das bis zum nächsten mal fertig ich finde bei mir bestimmt auch noch das eine oder andere fädchen und wir fangen dann im nächsten teil mit dem rand an den werde ich uns aber dann auch wieder zusammen schneiden weil ich habe schon gesehen daran besteht aus mehreren auch kleinen abteilungen der sich dann aber über den gesamten rand zieht und ich denke mir das wird dann zu langatmig wenn man das alles wirklich nadel für nadel zusammen machen so meine liebe und sie werden was auch machen ich sage euch jetzt an dieser stelle eine wunderbare gute nacht und schüss ich von ihr jetzt noch meine fäden ihr bringt das bitte auch bis zum nächsten teil soweit sprich dass ihr nur drei maschen auf der nadel habt dann kettet ihr das ganze ab und vernäht eure fäden natürlich bis auf unser schwarz oder mit der farbe wo ihr den urlaub hatten oder mit der farbe wo ihr euren rand machen wollte und wir sehen uns dann gleich also im nächsten teil dann zum rand machen wieder ja und dann würde ich sagen geht's an den rand so ich amüsier mich mal hier köstlich weiter und wir sehen uns dann im nächsten teil am 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 am